Was ist das Rechnen in der direkten Proportionalität mit Hilfe der Hosenträger-Methode? Erster Schritt, ich lese mir diesen Text eben durch und überlege, je schwerer die Wassermelone ist, desto teurer wird sie werden. Das heißt, je mehr, desto mehr ich habe direkte Proportionalität oder auch direktes Verhältnis genannt. Schritt 2, ich schreibe mir die Zahlen, die ich fürs Rechnen brauche, in eine Tabelle, wobei gleiche Einheiten untereinander kommen. Also ein Kilogramm Wassermelone kosten 2,90 Euro. 1,6 Kilo, Kilo unter Kilo, kosten wie viel? Statt des Wortes wie viel habe ich jetzt eine Variable x eingesetzt. Ich zeichne nun in diese Tabelle einen Hosenträger ein und löse die Tabelle nach folgenden Grundsatz auf. Der Satz heißt, das mal das durch die Zahl, die alleine steht. Welche Zahl steht alleine? 1. Also sind diese beiden Zahlen die Ausdrücke das mal das. Oder anders gesagt, auf den Hosenträger, auf dem zwei Zahlen stehen, diese zwei Zahlen werden multipliziert, dividiert durch die Zahl, die alleine steht. Alleine steht der Einser auf dem Hosenträger. Das mal das, dividiert durch die alleinstehende Zahl. 1,6 mal 2,9 dividiert durch 1. Dazu kann ich auch den Taschenrechner verwenden. Es kommt heraus, 4,64. Kann das stimmen? 1 Kilo, 2,90 Euro, das sind knapp 3 Euro. 1,6 Kilo, dann mehr als 4. Das klingt ganz gut. Letzter Schritt. Welche Einheit habe ich? Hier stehen die Euro. Also werden es 4,64 Euro sein. Und ganz wichtig, bei einer Textfrage muss ich eine Textantwort schreiben. Und die Antwort ist immer ein ganzer Satz. In unserem Fall, Hannes muss 4,64 Euro bezahlen. Im Fall, Hannes muss 4,64 Euro sein. Das ist immer der Unterschiede. In dem Fall, Hannes muss 5,4 Euro sein. Aber nachzcharge in der Tüge. Und dann habe ich eine Textfrage. Von Lüten Und dann haben wir den Tüge. Und dann haben wir den Tüge. Und dann gehen wir die Zwisch. Wenn das Holz.